Es ist mir in die Wiege gelegt worden, kann ich nichts dafür. Seine Trinkfreude und seine klare Jagens- und Sortencharakteristik. Einige Gute, der Beste wahrscheinlich, Grüner Vietliner, Privat 2013. Motto 86 in Rot, Riesling, Hölle, Künstler 2013, ich weiß. Essen gehen. Vielleicht selbst mal ein nettes Restaurant in einem alten Presshaus im Weinfeld in einer Kellergasse zu eröffnen. Der Tag vor der Füllung eines neuen Weines und wenn ich an die Geburt meiner Kinder denke. Gutes Essen, insbesondere wenn es etwas Süßes ist. Wiege Green Wiegeenn